so und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von unserem final fantasy let's play. da fangen wir auch direkt mal an. ja wir waren ja letztes mal in diesem marsch, keine ahnung wie es heißt. wir sollten hier irgendwie eine krone finden. b2. wir wollen aber erstmal b1 erkunden. oh da kommt kampf. zombies. falsch. sie wollte ich. ich mach das mal kurz leise. das ist nicht zu laut. da ist eine sackgasse. shadow. schatten. die auferstehung der schatten. so. konnte man nicht noch da hoch gehen? ja. mal sehen wo uns dieser weg hier hinführt. ich hab das alles null im kopf. eine treppe. oh. wo müssen wir hier jetzt lang? zu welchem dabei? und da ist wieder ein kampf. eine tarantin und eine schwarze middle? keine ahnung. so. da oben ist nichts weiter. dann gehen wir hier mal wieder runter und in diese tür rein. und da ist eine truhe. und da ist eine truhe. und was war das jetzt? ah ok. ne. da habe ich nichts von. außer geld. immer diese ganzen leeren wege hier. da ist noch meine tür. ja. wieso greift die eigentlich nicht vorher an? wieso greift die nicht immer als erstes an? das hätte Zeit gespart. 680. und da hat wieder kampf. grüner schleim. fliegender grüner schleim. und schon ist er weg. die tarantin steht immer noch. ach stimmt. ich bin ja vergiftet worden. also mein leo. unser leo wurde vergiftet. weil wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich mal unsere letzte portion benutzen. auch wenn es nicht sehr viel bringt. hier sind überall drohen. ah. falsch. schwert. ja. dann nehmen wir das doch. dann hat unser roter magier jetzt ein. naja. eine bessere waffe. wenn man hier einfach keinen überblick behalten kann, wo man schon übereilt war. hier waren wir glaube ich schon. ja. ach das war hier der weg. das heißt hier waren wir auch schon. ja. können wir ja jetzt wieder hoch. ach man. dass man da irgendwo durch kann, obwohl da so fette lücken sind. ja. jetzt geh ich schon das letzte mal hier rein. so. dann gehen wir die treppe wieder hoch. marsch cave b 1. gehen wir hier runter. hier rechts lang. erstmal den ganzen weg wieder zurück. doofen fledermaus. da oben war eine sackgasse wenn ich mich nicht irre. ja. und da kommt wieder in kopf. natürlich wieder der schöne knisslein, der so fliegt. macht keiner schaden außer hier mein schwarzer magier. naja, ich beschwär mich mal nicht. ich hab die ja schließlich besiegt. so. dann machen wir das hier runter und dann durch die tür. und dann hier rein. da sind mal eben drei türen. die aber glaube ich alle in den gleichen raum führen. oder? ja, die führen alle in den gleichen raum. mal wieder umschauen. so. mal wieder. oh. für zwei zombies. ein heiliger sauber. ähm. ja. So, hier ist noch eine Tür, da ist nichts weiter drin, von da kommen wir, ich will hier rechts erstmal erkunden, alles so nach und nach, hier oben dürfte dann eine Sankgasse sein, ah ne, doch, dort ist eine Sankgasse, da ist eine Treppe, gehen wir aber noch nicht lang, ich will hier erst erkunden, wieso, dann gehen wir erstmal hier unten, nein, wir warten die Tür dann noch, oh, die Truhe hatten wir aber noch gar nicht, die ist trotzdem offen, so, hier ist eine Sankgasse, bevor wir jetzt hochgehen und weiter gucken, hoch, die ist auch offen.